Deria Gündemir ist 18 Jahre jung. Deria macht die Lehre zur Kosmetikerin und Fußpflegerin bei Barbor Beauty Spa Wien. Sie ist immer gut gelaunt und extrem motiviert, mit den Kunden freundlich und einfühlsam. Deria hat sich ganz toll entwickelt. Auf sie ist immer Verlass und sie ist eine ganz wichtige Stütze für ihre Chefin geworden. Deria ist typisch Lehrling. Untertitelung des ZDF für funk, 2017